Ja, bitte senden Sie ein großes Stück Beefsteak und auch etwas Gemüse. Hier ist sehr feiner Spargel und frischer Spinat. Senden Sie mir ein bisschen von jedem dieser Gemüse und auch etwas Salat. Wohin sollen wir von hier gehen, Herr Professor? Von hier wollen wir in einen Supermarkt gehen, in welchen wir eingemachte Gemüse in Dosen kaufen wollen. Wie nennen wir den Besitzer des Supermarktes? Der Besitzer des Supermarktes ist der Lebensmittelhändler und der Besitzer des Fleischerladens ist der Fleischer. Sollen wir nicht zu dem Lebensmittelhändler gehen, der das Geschäft in der Kaiserstraße besitzt? Oh ja, man hat den Namen der Straße geändert. Zuerst hieß sie Kaiserstraße. Wollen wir Dosen Tomaten kaufen? Ja, ich will Tomaten, Spargel und andere eingemachte Gemüse kaufen. Herr Moldtke, wollen Sie eingemachte Früchte kaufen? Ich will das natürlich nicht so und ich würde sie nicht so sehen. Ich will das nicht so sehen. Vielen Dank.